So, wir machen noch eine Runde und ja, ich denke, dass ich jetzt hier diese Sträflingslager mal so ein paar mache. Genau, ist jetzt hier einiges und ja, vielleicht auch doch diese Säbel Außenposten, wenn unterwegs was ist. Ja, ich gucke einfach mal, was unterwegs alles so ist und genau, dann schauen wir mal, ich werde mich nachher noch mit Mikro melden, ist jetzt momentan eher ohne, genau, bis gleich. Es ist passiert, Leute, genau wie ich es gesagt habe. Erinnern Sie sich an die Irren, die aus Rikers Island ausgebrochen sind? Natürlich erinnern Sie sich an sie. Dank Spider-Man, von dem diese Psychos angezogen werden wie Motten vom Licht, hatten wir sie alle direkt vor der... Tut das weh? Ich kann mich nicht bewegen! Das ist das! Ich spalte dir den Schädel! Ich spalte dir den Schädel! Ich spalte dir den Schädel! Spiderman, keine Ahnung, wie der reingekommen ist, aber raus kommt er nicht. Halt still! Schau mir, was du drauf hast! Damit kommst du nicht durch! Okay, Allemann, seid nett zu den neun, ihr kriegt zwei Mannsfeld! Ich habe keine Ahnung, wer ihr kriegt zwei Mannsfeld! Hier ist ein Getränk! Sorry, mein Gag war noch nicht bereit. Könnt ihr nochmal rausgehen und wieder reinkommen, Jungs? Spiderman, eine Gruppe Rikers Häftlinge, die früher ein Team waren, macht jetzt auch gemeinsame Sache. Das erklärt, warum sie viele Stützpunkte haben anstatt einem großen. Die trauen einander nicht über den Weg. Das Spieltipp sind die Karten. Sie wählen kleine Drückchen, die man gut bewältigen kann. Du hast gut reden. Ich muss weg. Verstärkung! Da wollen aber eine Menge Typen unbedingt wieder ins Gefängnis zurück! Das ist ein Schicksal! Das ist ein Schicksal! Das ist ein Schicksal! Das Spiel ist auf! Das ist ein Schicksal! 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 Sie! grünen Freizeich! Sie tä typlinken! Torhh! Nein, ich Play combine! Ah, verdammt ekelig. Ah, verdammt ekelig. Alles klar für den Putzdienst. Sag den Leuten hier, sie können jetzt in die Bodega. Gut gemacht. Die Stadt ist schon hart genug. Sie muss kein gigantisches Knastgelände werden. Spiderman, die schlimmsten Ausbrecher aus dem Raft belagern unsere Polizeireviere. Meine Männer brauchen deine Hilfe. Sofort. Verschaff dir Überblick in Midtown, dann erzähle ich dir alles. Bin schon unterwegs. Ist es Octavius? Nein. Zwei seiner Lakaien. Den Doktor suchen wir noch. Um ehrlich zu sein, der macht mir echt Angst. Könnte der cleverste Superschurke sein, der mir je begegnet ist. Ja, genau das macht mir auch Sorgen. Halt durch, Captain. Hat das wehgetan? Gut. Erzählt das euren Freunden. Panikbacher. Paranoid. Verschwörungstheoretiker. Mit diesen gemeinen Worten hat man mich erniedrigt und beschimpft. Jahrelang habe ich sie gewarnt. Und jetzt ist es passiert. Okay. Habt ihr schon mal überlegt, dass ihr, wenn ihr mich verhaftet, alle bösen Jungs selbst einlochen müsst? Alarm los. Halte meine Männleichtung. Bestätigt. Ani-Trockler. Erließ mit deinem Essen. Das Traurige ist, in einer Stunde sind die gleichen Typen wieder hinterm- Friedliche Demonstranten festnehmen? Nicht mit mir. Meine Güte. Bin? Es ist Spider-Man. Schreitet ihn auf. Hey! Euch ist schon klar, dass ihr die Bösen seid, ja? Spidey, gib nicht auf! Puh. Bin ich aus der Sicht. Es ist Spider-Man. Schickt Verstärkung. Ich hoffe, ihr habt alle etwas gelernt. Aber ich weiß es besser. Aber ich weiß es besser. Proteste sind sinnvoll. Aber vielleicht erst nach dem Ausnahmezustand. Ich weiß es besser. Ich weiß es besser. Action. Jawohl, da ist es schon. Und, äh, ja. Aber im nächsten Video werde ich dann... Klar, ich hab zu tun, aber nie zu viel, um ein paar knallharte Kriminelle zu verprügeln. Wieder um eine Hauptmissionen kümmern. Sie wollen mich umbringen und sind dann überrascht, wenn ich sie verprügele. Oh ja, da wird jetzt echt einiges los. Mal schauen, ob ich überhaupt... Okay, auf eurer Homepage steht nirgendwo sowas wie, wir machen Krisensituationen noch schlimmer. Ich bin sicher, ich bin sicher. Das war's für heute. Oh ja, er da ist echt. Okay, ich schaff euch von der Insel runter und zurück nach Rikas. Geiseln in öffentlichen Verkehrsmitteln. Keine gute Sache. Und noch jemand steht in dieser Krise eher schlecht da. Bürgermeister Osborne. An so etwas Gefährlichem wie Teufelsatem im Herzen von Manhattan zu experimentieren, ist der Gipfel der Verantwortungslosigkeit. Was wusste Osborne und wann wusste er es? Die Antwort könnte den Unterschied ausmachen zwischen Wahlniederlage, Amtsenthebung und Knast. Hören Sie weiter auf die einzigen... Nicht einspinnen lassen! Das weh getan? Gut, erzählt das euren Freunden. Gute Nachricht! Beim zehnten Mal Einsperren gibt es die Prügel gratis! ... Brauchen Lager nicht für Kuhl und Flug. Verkehrskontrollpunkt sicher. Spider-Man. Ist noch Hilfe! War das jetzt wirklich all den Ärger wert? Naja, für mich irgendwie schon. Man muss Sable Agents einfach lieben. Tauchen immer auf, wo es am wenigsten passt. Ich habe gewonnen, aber ich wette, die ärztliche Hilfe bekommen die. Sable-Zentrale. Brauche Lagerbericht aus Lower Chinatown. Over. 10-4, hier Transporter Sierra. Wir setzen unsere Streife fort. Jede Störung der Versorgung wird geahndet. 19-43! 22-47! 23-47! 23-47! 25-47! Jeder, unautonomiesem Fernverkehr von der Landschaft! 24-47! 25-48! 27-47! 24-47! 25-48! 25-47! 25-47! Es gibt viele Probleme! Verdammten! Angriffsformatzer! Auf Granate! Wir sind lesen! Kostensfallen verteilt! Ihr glaubt ihr seid übel dran? Von all den Panzerungen habe ich ganz blaue Finger. Alle Einheiten, Officer bei Ausschreitungen benötigt. Der Ort ist in so anscheinend... Ihr könntet euch nur noch unbeliebter machen, wenn ihr Studienkredite eintreiben würdet! Merkt da! Ich bin der Nitz! Dienst, hier Zentrale. Hier ist die Lage in der Lower East Side. Die Zentrale, wir verfolgen ein Fahrzeug. Die haben mich angegriffen, aber natürlich bin ich der Böse. Wisst ihr, ich will ja nicht überreagieren, aber so langsam nehme ich es persönlich! Achtung, alle Einheiten. 1043, Polizeiwagen wird angegriffen. Alle Einheiten in Corlea's Room bitte bestätigen. Manchmal fängt man mit einer Fliege viel mehr fliegen. Ich berührt die tiefe Zuneigung zu euren Freunden. Ich sorge dafür, dass ihr die gleiche Zelle wangert. Spidermank ist der Pfeiler losgebrochen Verstärkung. Wer sich hier hängt, hat ihn besser verdient. Seid gefällig, Sattel! Seid zum Totaukenschießen! Du bist nicht schnell! Hilfe! Ich hab' sie! Ich kann nicht raus! Ich krieg' keine Luft! Jo, also ich glaub' so... Ich konnte leider den Van nicht retten, aber das Gute daran, ein neuer Van! So ganz einfach komm' ich gar nicht, äh... dahin, wo ich will. Muss ich sagen. So ganz einfach mal... ...dann... ...auf... ...dann... 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich denke noch so gute fünf Minuten geht das Video hier. Schon wieder? Ist ja nicht so, als hätte die Stadt keine echten Probleme. Ich scheiße an! Ich scheiße an! Nicht rein, mich nervig! Ihr wisst, dass ihr das verdient habt, Leute, oder? Ja, also viel Action. Man muss Sable Agents einfach lieben! Tauchen immer auf, wo es am wenigsten passt! Ich schätze, mein Führungszeugnis sieht jetzt nicht mehr allzu gut aus. Das ist jetzt unser Stand! Entschuldigung! Ich schreibe aus dem Weg! Wir brauchen Lagebericht aus Upper Chinatown. Haben eine illegale Versammlung von Zivilisten zerschlagen. Werden Befragungen und Festnahmen durch... Hab ich nicht ein paar von euch vor acht Jahren eingeloggt? Mann, ich fühl mich alt! Oh ja! Ekelhaft! Ah! Häh? Fällt dein Angriff auf mich schon unter Schuld-Unfähigkeit? Vielleicht bleibt ihr nächstes Mal einfach im Knast. Würde uns viel ersparen. Gebt es zu! Ihr habt für die Jetpacks unterschrieben und euch total übernommen! Was traurige ist, in einer Stunde sind die gleichen Typen wieder hinter mir her. Ja. Das ist echt cool. Voll Action. Überall. Kämpfe, Kämpfe, Kämpfe. Sehr schön. Da machen wir uns darüber auf den Weg. Da ist nämlich A. Kleiner Tipp! Wenn ihr draußen seid, ist die Gefängnisrevolte eigentlich vorbei. Vielleicht könnt ihr ein paar Kids Angst einjagen, wenn ihr denen sagt, wie mies es euch gerade geht. Hey! Keine Sorge, eine Minute hier. Okay. Auf eurer Homepage steht nirgendwo sowas wie Wir machen Krisensituationen noch schlimmer. Von der Lower East Side. Over. Jetzt kommt die Polizei oder Siebel Security! Neh! Neh! Ah! Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Bonus es heißt ein Rudelwölfe eine schule wahl heißt es dann ein zellblock häftlinge habe ich das richtig verstanden ich hoffe ihr habt alle etwas gelernt aber ich weiß es besser so wie weit wir jetzt kommen da geht es schon direkt weiter ich habe euch nicht mal gesehen bevor ihr ärger gemacht habt in dem tempo habe ich bald buchstäblich jeden in rikas eingesperrt mal wieder ich habe gewonnen aber ich wette die ärztliche hilfe bekommen die ok da geht es weiter geht es zu ihr habt für die jetpacks unterschrieben und euch total übernommen ich greife an die haben mich angegriffen aber natürlich bin ich der böse und ihr fachet demonstranten Das war's für heute. 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 Im nächsten Stunden sind die gleichen Typen wieder hinter mir her. Hey, wenn ihr unbedingt wieder ins Loch wollt, wie könnte ich euch das verweigern? die sind wie kartoffel chips bei einem allein bleibt es nie hab ich nicht ein paar von euch vor acht jahren eingelogt mann ich fühl mich alt ich kann mich nicht bewegen ja 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 Es heißt ein Rudelwölfe, eine Schule Wale. Heißt es dann ein Zellblock Häftlinge? Habe ich das richtig verstanden? Wie schmeckt dir das? Das Gute ist, wenn ihr die Overalls anbehaltet, braucht ihr euch nicht mal mehr umzuziehen. Gute Nacht! Beim 10. Mal Einsperren gibt es die Prügel gratis! Ich habe einen Lösungsvorschlag! Tanzwettbewerb! Er macht Fortschritte! Durch! Auszeit! Auszeit! Das war wie ein schräger, moderner Western. Gesetzeshüter eingekesselt im städtischen Canyon. Die haben mich angegriffen, aber natürlich bin ich der Böse! So, das war's! Vielen Dank und ich melde mich wieder! Bis dann! Ciao! Ciao! 1 2